Derbend ist die südlichste und zugleich älteste Großstadt Russlands. Sie liegt am südlichen Rand der russischen Teilrepublik Dagestan und hat 119.200 Einwohner. Der Name Derbend kommt aus dem Persischen und bedeutet »Verschlossenes Dor«, Name und Alter. Der Ort war im Laufe seiner Geschichte unter zahlreichen Namen bekannt. In seinem geografischen Werk »Geographieke Hüfegeses« aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, erwähnt Petulemius vier Küstenstädte im kaukasischen Albania, Albaner, Gaetara, Gilei und Tilaiba. Eine von diesen war vermutlich Derbend, jedoch blieben alle Deutungsversuche bislang hypothetischer Natur. In byzantinischen Chroniken wird der Ort, der etwas südlich vom heutigen Derbend lag, »Tesor«, »Sauer«, »Tesor« oder »Zur« genannt. In armenischen Chroniken heißt der Ort »COR« bzw. »COL«. Die Stadt trägt ihren heutigen Namen seit Ende des 5. Jahrhunderts, Anfang des 6. Jahrhunderts nach Christus, als die Stadt vom persischen Sassanidenherrscher Kavati.neugegrü endet wurde. Manche Quellen gehen jedoch von einer Eroberung bereits unter Jashtegerti, Ende des 4. Jahrhunderts bzw. unter seinem Enkel Jashtegert II, Mitte des 5. Jahrhunderts aus. Über das Alter der Stadt herrscht Uneinigkeit. Während Lokalpatrioten dem Ort gern ein Alter von 5.000 Jahren und mehr bescheinigen wollen und auch Siedlungsspuren gefunden wurden, ist jedoch umstritten, ob der Ort ununterbrochen bestanden hat. Forscher gehen davon aus, dass der Ort mindestens seit seiner Zugehörigkeit in der Antike zum kaukasischen Albania durchgehend besiedelt ist. Deshalb feiert die Stadt, die zugleich die älteste Stadt Russlands ist, im Jahr 2015 ihr 2000-jähriges Bestehen als ununterbrochen besiedelter Ort. Geografie Der Ort liegt am Kaspischen Meer nahe der Grenze zu Aserbaidschan. Er besitzt einen Seehafen und liegt entlang der Verkehrsverbindung von Russland nach Aserbaidschan und weiter in den Iran. Als das Tor von Derbent ist seit der Antike der Küstenstreifen zwischen Kaukasus und Kaspischem Meer bekannt. Dieser ist seit jeher eine bequeme Handelsroute vom Nordkaukasus nach Vorderasien. Mehrmals war er auch das Einfallstor für russische Armeen nach Persien. An der mit drei Kilometern schmalzten Stelle liegt Derbent. Das natürliche Bodenrelief bot der Siedlung sicheren Schutz. Der Hügel, auf dem Derbent errichtet wurde, wird im Osten vom Meer und im Südwesten von einer tiefen Schlucht und dem Steilhang des Hügels begrenzt. Geschichte In der Gegend umderbend ließen sich Brosse zeitliche Siedlungen nachweisen. In der Stadt selbst gehen die Spuren nur bis ins erste Jahrtausend vor Christus zurück. Die erste befestigte Siedlung entstand Ende des 8. und Anfang des 7. Jahrhunderts vor Christus auf der Kuppe des Hügels. Sie war bereits mehr als vier Hektar groß und kontrollierte den Durchgang zwischen Gebirge und Meer. Die Entstehung von Befestigungen hängt vermutlich mit den zunehmenden Raubzügen der Skythen über den Kaukasus nach Vorderasien zusammen. Obwohl die Stadt häufig überfallen wurde, wie archäologische Funde nahelegen, konnte Derbent gedeihen und sich ausdehnen. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus hatte die Stadt eine Fläche von immerhin 15 Hektar. Damals gehörte sie zum kaukasischen Albanien, einem Staat, der im 8. Jahrhundert vor Christus im Ost-Kaukasus entstanden war. Mit den Kriegszügen des Pompejus in Kleinasien gegen den Pontischen König mit Rideitz VI. wuchs bei den Römern die Kenntnis von und auch das Interesse an Derbent. Kaiser Nero plante im 1. Jahrhundert nach Christus einen Feldzug nach Derbent, der dann aber wegen innenpolitischer Ereignisse abgesagt werden musste. In den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends nach Christus stieg Derbent zum wichtigsten Handelszentrum des kaukasischen Albaniens auf. Strabon berichtet von Kamelkarawanen, die mit indischen und babylonischen Waren über Derbent nach Samartin zogen. Mit der beginnenden Völkerwanderung ließen sich Samarten und Alanen in der Region von Derbent nieder. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts wurden nördlich von Derbent auch die Hunnen sesshaft. Währenddessen war im 3. Jahrhundert nach Christus in Vorderasien ein neuer mächtiger Staat, das Sassanidenreich, entstanden. Dieser dehnte nach Siegen über Römer und Armenier seine Macht auf Transkaukasus aus. Erste Versuche, die Region von Derbent zu unterwerfen, schlugen jedoch fehl. In der Mitte des 4. Jahrhunderts konnten die Sassaniden ihren Einfluss auf den Kaukasus jedoch verstärken, sodass sie Ende des Jahrhunderts auch Derbent kontrollierten. Mitte des 5. Jahrhunderts bauten die Sassaniden die Befestigungen Derbens aus, die zum einzigen passierbaren Durchgang eines langen Mauersystems gegen die nördlichen Steppen nummernden wurde und erhielt in sassanidischer Zeit. Seinen persischen Namen, die teilweise 4 Meter dicken und 18 Meter hohen Steinmauern sind bis heute erhalten geblieben. Insgesamt betrug die ummauerte Fläche 150 Hektar und obwohl in sassanidischer Zeit nicht das gesamte Areal besiedelt war, war Derbent eine für das Frühmittelalter ungewöhnlich große Stadt, zudem war sie nach Plan ausgebaut und verfügte über eine Wasserleitung. Handel und Handwerk florierten in der Stadt. Im Jahr 642 eroberten die Araber Derbent erstmals, 654 erneut wurden jedoch von den Schasaren wieder verdrängt. Der Krieg zwischen den Schasaren und Arabern zog sich lange hin, doch im Jahr 728 konnten die Araber Derbent einnehmen und halten. Unter dem arabischen Feldherrn Maslamer wurde eine Freitagsmoschee errichtet. Die Einheimischen nahmen den Islam an und Derbent entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum des Islam im Kaukasus. Eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte Derbens im Mittelalter ist das anonyme arabische Geschichtswerk Darich B.A.B. al-Abwab. Es ist nicht selbstständig erhalten, sondern nur in Zitaten bei dem osmanischen Geschichtsschreiber Mühne Kimbasi, die Wladimir Meinerski 1958 ediert und übersetzt hat. Aus diesem Werk geht hervor, dass im Jahre 869 Hashim Ibn Surak war, ein Araber aus dem Stamm der Banu Sulaym. Herrscher von Derbent wurde und sich von den Abbasiden unabhängig machte. Seine Nachkommen, die sogenannten Hashimiden, herrschten bis 1077 über die Stadt und ihr Umland. Die Hashimiden bauten Derbent weiter aus erneuerten beschädigte Gebäude und schufen neue unter anderem Gebetshäuser. Im 10. Jahrhundert übertraf die Stadt bereits Tiflis und Adabil an Größe. Anfang des 13. Jahrhunderts fielen die Mongolen im Kaukasus ein. 1222 eroberten sie Derbent, hielten es jedoch erst ab 1239 besetzt. Viele Denkmäler der Stadt wurden zerstört. 1395 ließ Timur Lenk Derbent verwüsten und niederbrennen. Auch in den folgenden Jahrhunderten hatte Derbent unter ständiger Eroberung und Zerstörung zu leiden. Die mongolischen Nachfolgereiche wurden von den Perser abgelöst. Deren Herrschaft aber wiederum 1578 bis 1606 durch die Osmanen und 1723 bis 35 durch die Russen unterbrochen. 1735 wurde es Hauptstadt des Kanads Derbent, eines Kanads unter persischer Oberhoheit. 1796 wurde es im russisch-persischen Krieg von den Russen besetzt und im Vertrag von Gullistan 1813 endgültig dem russischen Reich zugesprochen. Derbent galt als Zentrum der jüdischen Bevölkerung Dagestans. Die tatsprechenden Bergjuden stellten hier nach den Aserbaidschanern die größte Bevölkerungsgruppe. Nach dem Zerfall der Sowjetunion emigrierten die meisten Bergjuden nach Israel. Bevölkerungsentwicklung und Struktur Anmerkung Volkszählungsdaten Im Jahr 2002 stellten von den insgesamt 101.031 Einwohnern in Derbent die Lesjia oder Lesjinen mit 32.955 Einwohnern den größten Bevölkerungsanteil, dicht gefolgt von den Aserbaidschanern mit 32.064 Einwohnern. Einen weiteren beträchtlichen Bevölkerungsanteil bildeten die Tabassaranen mit 15.606 Einwohnern. Alle übrigen Gruppen lagen unterhalb von 6%. Wirtschaft Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind heute der Maschinenbau und die Textilindustrie eine wichtige Rolle spielt der Fischfang. Derbent war im 19. Jahrhundert ein bedeutendes Zentrum des Färberkrab-Anbaus. Als nach der erstmaligen Laborsynthese von Alizarin im Jahre 1869 bald auch künstlicher Krabfarbstoff nach Russland eingeführt wurde, kam der Krabpanbau um Derbent völlig zum Erliegen, wonach es hier zu großen wirtschaftlichen Verlusten kam, die Sehenswürdigkeiten. Derbent steht seit 2003 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Sehenswert sind seine Festung sowie die von Stadtmauern umgebene Altstadt mit der Zitadelle, Bädern, Zisternen und Moscheen, Bildung. In der Stadt vorhandene weiterführende Bildungseinrichtungen sind Derbenter Geisteswissenschaftliches Institut, Derbenter Institut für Kunst und Kultur, Filiale der Dagestanischen Staatlichen Universität, Filiale der Moskauer Staatlichen Universität für Ökonomie, Statistik und Informatik Derbent, Filiale der Staatlichen Pädagogischen Universität Dagestan, Filiale des Moskauer Instituts für Unternehmertum und Recht, Transport Derbent befindet sich an der Bahnlinie nach Baku. Es gibt direkte Züge unter anderem nach Moskau, Astrachan, Baku, Grosny, Rostuamdon und nach Brest in Weißrussland. Zur Zeit der Sowjetunion existierte ferner eine direkte Bahnverbindung nach Tiflis. Mit der dagestanischen Hauptstadt Makhatschkala ist Derbent durch Vorortszüge verbunden, die zwei- bis dreimal täglich fahren. Der übrige öffentliche Verkehr wird vor allem durch Sametaxis abgedeckt. Der nächstgelegene Flughafen befindet sich in Makhatschkala. Söhne und Töchter der Stadt Gottfried Gassano, Musiker Suleiman Kerimov, Politiker und Unternehmer Konstantin Sarajow, Dirigent und Geiger Israel TS Weizenbaum, russisch-amerikanischer Künstler Söhne und Töchter der Stadt